Hallo, in diesem Video möchte ich euch wieder drei Vogelstimmen vorstellen. Zum einen von der Kohlmeise, als zweites vom Blaukehlchen und als drittes vom Eichelherr. Nun hört ihr als erstes die Stimme von der Kohlmeise. Als zweites möchte ich euch die Stimme vom Blaukehlchen zeigen. Stimme vom Blaukehlchen und als drittes vom Blaukehlchen und als drittes vom Blaukehlchen. Stimme vom Blaukehlchen und als drittes vom Blaukehlchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und als drittes habe ich für euch noch die Stimme vom Eichel her. Untertitelung des ZDF, 2020 Schreibt mir auch in den Kommentaren, welche Stimmen ihr noch gerne hören würdet. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!